Wusstest du, dass Meister Fu anfangs eine andere Person als Marinette das Miraculous von Ladybug anvertrauen wollte? Ja, das ist wahr. Und kannst du auch erraten, wer es ist? Alja. Alja hat verschiedene chinesische Behandlungen von Meister Fu bekommen. Deshalb hätte er Alja beinahe Marinette vorgezogen, um Ladybug zu werden. Obwohl sie nicht ausgewählt wurde, gab es Zeiten, in denen sie das Miraculous von Ladybug nutzte.